Moin Leute, willkommen zu diesem Video. Heute vor euch im Test das Highspeed Bombs Raketensortiment von Veko Feuerwerk aus dem Lidl. Ein Klassiker für 10 Euro, jahrelang dabei. Letztes Jahr hatte ich es nicht, weil mir die Raketen im Feuer nicht so gut gefallen haben. Davor hatte ich es allerdings zwei Jahre. Und ja, letztes Jahr waren sie dann doch wieder ganz gut, laut meinem Kollegen. Beziehungsweise habe ich auch noch Rakete von gesehen. Und ja, da haben sie mir das auch wieder ganz gut gefallen. Und deswegen habe ich gedacht, nehme ich das jetzt einfach nochmal mit wieder zum Testen. Und zwar haben wir in diesem Sortiment die Snake Rakete zweimal drin. Dann die Tiger Rakete einmal, die zweimal. Und die Alligator Rakete. Sowie zweimal Doppelschlag in grün und einmal in pink. Ja, also insgesamt acht Raketen. Die NEM hier beträgt ca. 155 Gramm. Und ja, dann hätte ich gesagt, wünsche ich euch noch viel Spaß bei der Zündung dieses Raketensortiments. Und bis gleich, Leute. Veko Highspeed Bombs und wir fangen an mit der Green Rebel. Sehr nass. Und die rote, pinke. Und noch der grüne. Sehr cool. Tiger Rakete. Sehr stark. Als nächstes, Alligator. Und die Snake. Und die Snake. Wow, sehr geil. Und noch eine Snake. Oh, okay. Okay, mit Bonbetter. Oh, noch ein Tiger. Okay. 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 Auch mehr Bonbetter. Und noch ein Tiger.